Ey, ich muss kurz was trinken. Ich mach mit. Auf drei, okay? Ob wir länger trinken können. Eins, zwei, drei. Ich hab leer. Du? Tim? Bonio, meine Freunde, der Leichnung, Zeichenunterhaltung. Wir spielen wieder eine Runde Bad Wars. Und heute machen wir... Wee-ju, wee-ju, wee-ju. Nein, wir machen Party mit Tim. So Party, so Party, so Party, so Party, so Party. Wir machen Party. Wee-ju, wee-ju. Wir machen eine mega lange Pause. Wee-ju, wee-ju. Ich muss nicht, was du von mir willst. Ja, wir reden zehn Stunden darüber, dass wir heute Party machen, Alter. Du bist echt artig. Ey, wir spielen mit zwei Mädchen. Uh, wee-ju, wee-ju. To Party, to Party. Seid ihr Mädchen? Bock auf Party? Wollt ihr ein Date? Bock auf Party? Wee-ju, wee-ju. Seid ihr artig? Wee-ju. Wee-ju, wee-ju. Ja, Mädchen! Baumcrafter, ade, Alter. Oh, Mann, ey. Ja, wir spielen mal wieder seit Ewigkeiten auf der Bergwerk-Map und wir machen heute Party bei Bergson, Alter. Party bei Bergson ist die beste Party für die Leute, die das noch nicht wussten, jetzt wisst ihr das. Wupp, wupp, wupp. Wupp, 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 wupp. Wupp, wupp, wupp. Wupp, wupp, wupp. Wupp, wupp. Wupp, wupp. So, jetzt aber, komm hier. Kann ja nicht sein, dass wir hier nicht klarkommen. Zack. Hör auf immer, dich daneben zu bauen. Das irritiert mich auf live, Tim. Das ist nicht artig. Hast du noch genug Blöcke? Ich hab noch zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, mich hoch, reicht nicht. Ey, nein. Ich hab noch Blöcke zum Hochbauen, also. Ich hab nichts dabei. Ich kann ja welche geben. Nee, alles gut. Ich bleib bei unseren Chicks, ich muss auf die Chicks aufpassen. Ich frag sie vielleicht auch mal, who's that chick? Er baut den Weg ab! Er baut unseren Weg ab! Das ist eine Sie. Geilo! Nein! Mega fun, Alter. Er hat meinen Weg, er hat unseren Weg abgebaut, Alter. Er war auf jeden Fall eine mega fun Aktion von Baumcrafter, Alter. Guter Typ, ey. Baumcrafter. 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 Das. Komm, Alter. Ja. Er war nicht artig auf jeden Fall, Leute. Er war... Wir haben jetzt auf jeden Fall unsere Rush-Optionen schon einigermaßen schön fett verkackt. Dank Baumcrafter. Das wird auf jeden Fall nichts mehr. Oh Gott. Oh Gott. Vielleicht machen wir heute auch die längste Runde ever und spielen jetzt einfach zwei Stunden und dann musst du jetzt erstmal... Ja, bin ich hier. Ja, danke. Dann haben wir gestern Morgen gemacht mit... Echt? Echt? Ja, guck mal. Da haben wir uns einfach hochgebaut. Gewartet. Echt? 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 Ich glaub grün ist gerade wenig los. Oh, da kommt jemand. Echt? 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 Echt nochmal? Eins, zwei... High five! Ich dachte das musst du ins Feuer machen wegen dem... Alter, man will immer so machen mit der Hand, wie so ein Griffel, Alter. Ehhh! 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 Oh man ey ey! Komm, high five! So, was zu essen? Oh, guck mal da! Wer ist das denn? Echt? ganz schön mutig dahinter. Echt? Der hat ein bisschen Gold dabei wahrscheinlich. Den werde ich direkt mal abhalten. Uh, da ist Tim natürlich da. Also hinterher. Ich geh jetzt mal kurz zu mir auf die Insel und werde das tun, was mir im Herzen weh tut. Und zwar... Nein! 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 Was ist passiert? Ich bin auch tap out, Alter. Immer wenn ich runterfalle, muss ich mich jetzt ausdrücken. Haha, ich hab Tim mit Grün vernichtet. Wer ist das denn hier? Der Crafter hat eine richtige Meise, Alter. Er ist auf jeden Fall nicht auf Crack, Alter. Sie, meinst du? Ja! Das Kind, das aus dem Bauminneren kam. Okay, auf jeden Fall wird hier unser Bett wenigstens eingebaut. Ist schon mal Artic. Sei der Artic! Artic! Wir machen uns auf die Party! Party! Oh nein! Wo bist du eigentlich? Wir sind blau, ja. Huch! Siegen Gold, das heißt ein Bogen. Ich bin so schlecht! Ich bin so schlecht! Ich bin so schlecht! Baumcrafters nicht vorhandenen Fähigkeiten, dass er wenigstens uns da weiterhin nicht voranbringt. Oh Mann, ey. Okay, jetzt wollen wir mal kurz hier gelb ein bisschen developen. Achtung! Guck, 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 guck vor die Leute bei dir. Ja, und? Vor dir Leute bei mir. Vor mir Leute bei mir? Ja, ich wollte ihn abschießen. Aber egal. Zur Party, zur Party, zur Party, zur Party, zur Party, zur Party. Zu den Bogenmensch runter. Mehr wollte ich nicht. Bis dahin lebe ich jetzt auch noch, super. So, ich mach mal eine Spitzhacke. Gut, gut. Aber der Bogen von Rot ist weg. Oh, nice. Habe ich nice developed auf jeden Fall. Nice developed. Kann man da in die Kisten? Warum kann man nicht an die Kisten? Leute, wir brauchen mehr Party, was? In die kleinen Kisten? Ja, das wäre voll süß, oder? Da könnte man so drei Sachen reintun. Ja. Vielleicht so an die Hüfte hängen, weißt du? Ja. Das wäre voll... Auftasche. Ja, genau. So eine Bauchtasche. Für Väter. Weißt du? Dann wären wir so die Bauchtaschen-Gang. Wie cool das wäre. Alles würde sich drastisch verändern, was Minecraft angehen würde. Keiner bei Rot. Keiner bei Rot. Keiner bei Rot. Keiner bei Rot. Und jetzt Eisen. Oh mein Gott. Look at her butt. Oh. My. God. Look at her denner. Alter, wir haben einfach im Gegner-Team, ne? Das ist einfach Denner, Kong-Crafter. Und alle anderen. Skin oder Name? Alle. Skin und Name, Alter. So, ich habe jetzt elf Eisen. Davon hole ich mir ein schönes Schwert. Und? Ja, substituiert. Ich habe mir schon wieder das schlechte Schwert geholt, obwohl ich ein gutes... Er ist einfach dumm, oder? Der Rote schlägt die ganze Zeit seine Mates, ey. Er ist auf jeden Fall ein bisschen auf Crack. Hä, was geht bei Rot, Alter? Alter. Jetzt ist es nur noch gegen die Waffeln. Und da habe ich noch eine Kiste. Achso. Oh, dann brauchen wir noch eine Kiste. Und wir jetzt eh gewinnen. At all. Den noch? Oh, in der Mitte ist jemand. Hey, Waffeln. Ist das? Ne. Ne. Doch, ich bin in der Mitte. Da ist auch ein gelber in der Mitte. Unten roter. Crow. Crow ist hier, Alter. Oh, da. Den schieße ich runter. Und zack. Ey. Crow. Ne, weggesagt. Einer lebt noch. Ach ne, die haben auch noch ein Bett natürlich. Ich. Nur. Von. Ja. Guck, da ist Crow. Ey, ich kann die Waffeln nicht kaputt machen. Hi. Ich bin jetzt gerade bei denen. Hi. Oh nein. Nein. Ich bin auch bei den Waffeln. Soll ich die töten? Warte. Waffeln. Ich stehe neben dem Bett. Ja, die roten halt. Ach ne, die roten. Die roten sind schon weg. Dann geht wieder Party. Warte mal, er hat sich selber eingesperrt. Oh Mann, diese Runde ist schon wieder so verkorkst. Wo ist der? In der Mitte? Was? Ist Crow in der Mitte? Crow? Nee, Crow ist immer noch am Leben, Alter. Ey, ich hätte so gern In-Game-Talk manchmal, ne? Der hat den einen von dem Rot getötet. Was hättest du? Oh, da ist ein Gelber. Ja, der ist da links auf der... Oh, nein! Ich hab da links geguckt und bin dann auch da hingeschwunden. Das war ein bisschen dumm. Ein bisschen dumm. Ich bin ein bisschen dumm, Leute. Ich bin ein bisschen dumm. Nein, ich will keine Blöcke, Leute. Ich bin ein verbandes Stückchen, ne? Ach, verdammt. So, wir können... Ich glaub Team Gelb sind jetzt beide in der Mitte. Okay. Weißt, wie können sie jetzt da betröten? Nee, einer geht zurück, einer geht zurück. Wo bist denn du, Alter, dass du das immer siehst? Ich bin grad bei rechts von Team Gelb. Ja, warte, töte ihn mal nicht. Lass ihn mal kommen. Dann kann ich zum Bett laufen. Hihi! Nein! Nicht, dass es runter schlägt! Nein! Okay, jetzt komm ich. Warte. You can do it! I believe in you! I believe in you! Ich will nicht nur von dir. Und gar mal sowas. Ähh, 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 ähh. Denn ich wär heut so gern bei dir. Team Play, du Affe! Nein, nein, nein Was hast du getan? Yo, Crow Willst du mal ein Mixtape machen? Mach doch selber Teamplay, du Affe Um mich kurz zurückzubeleidigen, sonst passt das nicht lang Team Spirit high halten, Alter Assi, Mann Wo ist denn Team Rot? Was soll das? Warum baust du Sachen ab? Was? Was, Report? Meine Mutter hat gar nichts gemacht Ich schwöre dir so, ne? Ich schwöre dir Ich habe manchmal einen gesehen, der so einen Lutscher hatte Der war richtig krass Ach, ich hab den als Assi beleidigt, Alter Kommst du mal zu Team Rot? Assi Ich hab Ich hab dich Warte, nein, nein Ich muss es klären jetzt hier Ich hab dich nicht Ja, aber hier Ich kann es sich direkt vor ihm stellen Sondern 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 Hab ich so gesagt Ne Ich hab gesagt so, ne Dass die Aktion So Aktion wie Aktion Mensch Der Huan Der Huan, er hat mich abgebach Alter, er hat mich grad getötet Was, der Rote? Crow, Alter Der Crow tötet Tim Du Huan Das war ne richtig arnige Party, Alter Du Huan Jetzt rastet Tim wieder aus Wo ist der Rote denn? Report Bei Rot? Ist der Rote bei Rot, Tim? Report Wegen Wegen Team Griefing Wegen Team Griefing Report Ich Dich Lol Ähm Komm mal Ach, du bist auch tot, ne? Ich bin nicht tot Zu Rot jetzt, oder? Ja, also einer lebt noch Und der läuft halt auch ohne Sachen rum Bei Rot? Ja Okay Schnapp ich mir Tim Schnapp ihn dir Weißt du, ich will mich grad da hinbauen Und er denkt dann Er baut mich einfach ab Und das hat er auch getan Sexcreen Hallo, was machst du da oben? Ich schreib Wir sehen Weißt du? Deutsch Wo? Ich suchte ihn schon lange, den Deutsch Das ist guter Cousin Was denn? Wo müssen wir denn hin? Rot Wir sind doch bei Rot Was? Echt? Ja Wo ist der denn? Echt? Ja, wir sind bei Rot Ne, dann doch ein Rot Auf das Internet Ne, da hinten Da Schwör Internet Ist geil Gelb war das, glaube ich Kommt das bei Geld Aber ich schwöre so Der hat mich so beleidigt Oma, mach jetzt Curry kriegen Schasse den, Alter Weißt du, er hat mir so Heute Morgen eine E-Mail geschickt Sagte so War gestern tanzen So hatte die Frauen da Ne Und er ist so voll nett gewesen So Frauen und so Ist der normal nicht Ne Ist total asozial Weil er so Baume, Bäume, Bäume liebt So öko, öko Und so öko, öko Und warte Er guckt ihn an Guck ihn an Warte, Gartenmaus Ne, das war ne Süße Die hat so Perlenkette Auf Kopf Ne Sie hat so alles So alles Ba, ba, ba Hat sie Ba, ist ne Frau Genug jetzt, würde ich sagen Gut Ich hab kein Essen mehr Ich hol was, warte Warte, jetzt hab ich ihn die ganze Zeit gedisst Und jetzt will ich noch mal was zu haben Will ich was von ihm haben Dann rastet er bestimmt richtig auf Baumcrafter Gib mal Gold Guck mal hier Ja, bei Sergeant Max ist der Bei Max ist der Okay Also der Gegner Ich kann nicht mehr sprinten Aber ich komme Ich unterstütze Ich geb dir was Boah, wie du mich anspuckst Mit Fleischstimmen Das find ich immer so geil Alter Pass mal auf Dass der andere Typ nicht kommt Und wieder abbaut Der Baumcrafter? Ja Hat der hier abgebaut? Ja Hab ich dir gesagt Achso, krass Und der beleidigt mich als Assi? Und dann wollte mich reporten Reporten? Ja, hier ist der rechts rumgelaufen Eben Ah ja, der ist ja Ich seh ihn Ja, da unten Ja, ich seh ihn auch Tu es, Tim Tu es Willst du ihn töten? Ja, komm mal Ich probier Oh, guck mal, was er getan hat Oh, guck mal, was er getan hat Hat er sich eingebaut? Oh Gott, ey Wie nervig ist das denn? So, ich muss ja runter Alter So, nicht sterben Hi, Bro Ah, er hat einen Bogen Ah, er hat einen Bogen Nein, ich will schau mal Sing Das ist Crow mit einem Dehner-Skin, Mann Hast du ihn? Nee Tim? Hat er Rüstung? Ja Aber du kannst ihn runterkicken direkt, wenn du ihn einmal schlägst Hey, DJ Bomber Ey, ey Du wirst, glaub ich, gefragt hier, oder? Dann Tap Out Ich? Bin ich das? Ja, DJ Bomber bist du Vielleicht will Gartenmaus ein Date Oh mein Gott, Alter Alter, diese Folge hat zu viel Die hat Crow, die hat Asoziale Die hat Dennis Ey, ich schwöre Was ist passiert? Er hat gebetet Wow Voll der Otto, Alter Ich kriege immer mehr Spaß daran, als sie zu sein Alter Wie sieht's aus bei dir, Tim? Läuft Echt? Ja, ich muss mal gucken, ne? Ja, warte, ich opfer mich nochmal Ich geh da mal rein Da kannst du direkt mit der herlaufen Ich guck mal jetzt, warte Der manchmal treiben Ich Oh, warum ist das abgebaut? Hat er es abgebaut? Oh, guck mal jetzt, jetzt, warte, jetzt Oh, jetzt, jetzt Kann ich dir irgendwas, soll ich irgendwas abhauen? Jetzt Nein, oh nein, oh nein 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 Oh, shit Ich lebe Oh, Alter, ist das nervig, was er da macht Das ist ja der Hammer Doch mal, lass mal, lass mal Moment, wir haben noch das ganze Gold gerade in der Mitte Ja, lass mal irgendwas einwerfen Ja, so ne Ja, ist lustig Ja, ist lustig Ich freu mich richtig auf Ich schwör, Tim hat so voll Pläne, Pläne, Pläne Lass ihn jetzt mal nicht sagen, wo er ist Wo ist er? Er ist tot Ach, hat er gefragt? Wo ist denn der? Ja, wo ist er? Lass ihn sagen, er ist tot Nicht mehr Doch, doch ist Anzeigefehler Lief die Runde am besten Das ist ja so geil, wenn er jetzt einfach lief, Mann Und dann die Runde vergackt hat Wieviel braucht man für so ne Total Disruption-Banane? 18, glaub ich Ne, auf Tapfab 18, okay, das hab ich Bei Max ist der, ne? Ja Okay, ich geh zu Max Da ist Max Crow, Crow Fuck, ey, darf ich jetzt nicht antworten Dann ist unser ganzer Plan gesprengt, Alter Ach, bitte auch nicht Komm schon, Crow Crow, lass mich einmal nicht im Stich Oh, oh, er kommt raus Oh nein, oh nein Oh, ich warte Warte, warte, warte Okay Ich hab, ich hab eine Ich hab so ne Bombe Oh, komm schon Komm, ich hab eine Kanate Ja, alles gut, alles gut, alles gut Warte Bin da, bin da, bin da Nächster reinwerfen, ne? Ja, so schreck nach unten Okay, weg, weg, weg Also, ne, hier oben sind wir sicher Ich glaub, hier sind wir sicher, oder? Weiß ich nicht Und? Und? Er fällt? Nein, er fällt nicht Nein, er fällt nicht LOL Ich bin gefeilt Nein Warum er studiert das denn? Wie er das gecheckt hat, Alter Nein So ein Crap, Mann Warum er studiert das? Weiß ich nicht Das war unfair Fuck Aber unser Plan war gut Ja Der kann das Zwei Leute sind gestorben Nein Zwei von drei Ich sag dir, wir verlieren die Runde Wo bist du? Da, wo ich bin Voll Errüstung Hä? Er ist tot Ja, Mann Ungewonnen War voll der Dieb War voll der Dieb Ah Maumcraft, Alter Was ist los bei ihm? Oh Mann, nein Report Weil bin Assi Warte Sure Auf einmal sind wir wieder die nettesten Wichser der Welt Ja Okay, reporte mich Nein, ich will dich noch nicht reporten Du wolltest mich noch reporten Weil ich Assi gesagt habe Zu deiner Verhaltensart Und nicht zu dir Maaann Maaann Okay, reporte mich Report Gut Okay, ich glaube Baumcrafter, HD und ich sind jetzt wieder beste Freunde Nachdem ich Annick bin Von daher ist jetzt die ganze Ich geb dir Party So Party So Party So Party Das war auf jeden Fall Seit langem war wieder eine derbliche Derb Eine derbliche Party Das ist genau das, was ich sagen wollte Mit dem Tim zusammen Der ist natürlich ganz oben in der Beschreibung verlinkt Wenn euch die Folge gefallen hat Nach wie vor könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben Heute als zweites Video kommt ein bisschen was anderes Das war gerade meine Double Time Aber das werdet ihr dann schon sehen Und dann will ich, dass ihr viel Liebe an Tims Kanal verbreitet von mir Und ihn auch ein bisschen knutscht Minimal Yeah, tschüss Ciao Ciao